Herzlich willkommen zurück zu der nächsten Podcast-Folge, heute wieder zu zweit. Ich bin zurück aus dem Urlaub, voll motiviert, ausgeruht, mehr oder weniger. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Viktor, schön, dass du wieder da bist. Danke. Hast du dich ans Wetter wieder gewöhnt? Ich habe mich ans Wetter wieder gewöhnt, ja. So richtig gewöhnt oder wolltest du erst mal wieder zurück? Nein, ich finde es ja immer gut, dass man so ein wechselndes Wetter hat. Wenn du morgens nicht weißt, ziehe ich eine Jacke an oder nicht. Ja gut, das hast du gefühlt von meiner Seite. 80% des Jahres in Deutschland. Naja gut, aber trotzdem leben wir in eines der sichersten Länder der Welt, in eines der schönsten Länder der Welt. Das stimmt. Und das Wetter, wenn es nicht passt, dann... Es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Also ich finde jetzt im Moment, auch wenn das Wetter vielleicht ein bisschen kalt ist oder so, ist für mich persönlich einer der Jahreszeiten, die am meisten Spaß machen. Weil du siehst jeden Tag eine Veränderung. Ich gucke jedes Mal bei mir aus dem Fenster und sehe immer einen neuen Baum blühen. Du fährst durch die Straßen, wir wohnen ja hier auf dem Land, da merkt man das noch mehr. Langsam wird das triste Grau zu einem satten Grün. Der Rasen muss wieder gemäht werden, der Gärtner hat wieder mehr zu tun. Deswegen finde ich so diese Frühlingszeit und so ab Mai eine der schönsten Jahreszeiten hier in Deutschland. Ja. Gut, also heute geht es ja darum, dass wir so ein bisschen was aus der letzten Woche erzählen. Aus dieser Woche, was gab es für Sachen, die wir erlebt haben. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen was aus meinem Urlaub erzählen. Deswegen würde ich vorschlagen, Valerio, fängst du an. Erzählst du ein bisschen deine Erkenntnisse aus der Woche? Ja. Ja, meine Erkenntnisse aus der Woche. Du warst ja, glaube ich, knapp zwei Wochen weg. Nein, das ist eine Lüge. Acht Tage. Acht Tage, aber gefühlt waren es für mich zwei Wochen. Einerseits ist das positiv, wenn er weg ist. Dann macht man viele Sachen alleine, hat vielleicht schnellere Entscheidungswege. Einerseits ist das negativ, weil viele Sachen musst du immer zusammen entscheiden in so einer großen Company, vor allem wenn du die zusammenleitest. Ja, wir haben viele in der Verwaltung umstrukturiert. Wir haben viele neue Prozesse geschaffen. Wir arbeiten jetzt enger mit den Clubleitern zusammen. Thomas, unser jüngerer Bruder, ist auch ein bisschen mehr in den Prozessen drin. Ein Umbau steht an in Oldenburg. Also was heißt Umbau, wir haben da schon viel umgebaut, aber da bestellen wir jetzt gerade neue Geräte. Das war ein großer Punkt. Und es stehen wieder zwei Neueröffnungen an. Da bist du ja jetzt schon wieder auf Flughöhe. Du weißt ja schon wieder welche. Wir waren ja gestern wieder bei der ersten Baubesprechung. So ein bisschen wieder Back to the Roots. Wir haben ja, ich glaube, das letzte Jahr kaum neue Eröffnungen gehabt. Und da haben wir auch jetzt wieder so ein bisschen die Zügel mir selber in die Hand genommen. War wieder super interessant. Also wir waren gestern in Fegesack. Der Club sollte eigentlich schon längst offen sein. Gab es ein paar Verzögerungen mit der Baustelle, die jetzt alle beseitigt wurden. Und da geht es jetzt in großen Schritten voran. Wie hast du dich gestern so gefühlt? Also ich habe mich super gefühlt, gestern mal wieder mal hier rauszufahren. Wieder mal auf so einer Baustelle zu sein. Und auch da vielleicht für die Zuhörer, wenn jetzt Kunden unter den Zuhörern sind. Weil ich habe hier und da mal auch so einen Kommentar gesehen. Ja, wie lange wollt ihr da noch bauen? Das läuft ja schon über fünf Jahre. Bedenkt immer eins, es sind aktuell zumindest in der Baubranche sehr, sehr viele Faktoren, die mit einfließen. Beispielsweise auch so ein Vermieter, der vielleicht vor fünf Jahren eine Kalkulation, aufgestellt hat mit den Preisen, die es damals gab. So durch die ganze Preiserhöhung, durch die Inflation sind mal die Baupreise um 30, teilweise 40, 50 Prozent nach oben geschlagen. Beim Holz glaube ich sogar 100 Prozent. Gab es mal, jetzt ist es wieder unten. Aber das sind alle so Faktoren, die dann so ein Bau, wenn es dann um ein paar Millionen geht auf Seiten des Vermieters, natürlich schwierig ist. Vielleicht muss ein gewisser Baustopp. Also in dem Fall hat der Vermieter mir erzählt, eine Million muss der Mehrbarrierbank aufnehmen, damit das Projekt weitergeht. Jetzt überlegt mal. Und das sind natürlich Entscheidungen, die auch so einem Vermieter schwerfallen. Wir haben ja damals auch schon einen Zeitplan vorgegeben bekommen, der einen Übergabetermin beinhaltet hat. Und wir haben Mitarbeiter eingestellt und dann gab es halt diesen Baustopp. Ja, aber das sind halt alle so die Hintergründe, die vielleicht nicht unbedingt jedes Mitglied kennt. Aber glaubt uns, wir sind immer auf Hochtouren bei solchen Projekten dran, wenn wir solche Projekte anfassen. Aber es gibt viele Faktoren, die ineinander greifen. Das ist genauso auch in Emsnetten. Wir haben vor einem Jahr die Genehmigung eingereicht. Die kam jetzt erst und wir kennen den Zeitfaktor, das sind meistens immer so drei, wenn es lange dauert, sechs Monate Genehmigungsphase. In dem Fall war es ein Jahr, dass die Kunden dann anfangen, ungeduldig zu werden, kann man auch verstehen. Aber ja, das ist halt aktuell die Schwierigkeit in der Baubranche. Aber nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten und Wege, die man sucht, die man gemeinsam findet. Aber auch nur dann, wenn alle Gewerke an einem Strang ziehen. Und das finde ich wieder positiv. Kannst du dich noch an meine Worte erinnern, wo du privat gebaut hast? Ja. Wo du mir immer erzählt hast, dass du Angebote eingeholt hast. Und entweder die haben sich nicht zurückgemeldet, sind nicht ans Telefon gegangen oder meinten, nee, ich komme nicht raus. Dann bei einer Baubesprechung nicht erschienen. Und ich finde, jetzt hat sich das Blatt gedreht, dass auch so Handwerksbetriebe, die A, die Digitalisierung verpennt haben, B, vielleicht richtige Werbung verpennt haben, die jetzt langsam wach werden und gemerkt haben, aha, wir müssen jetzt mal wieder langsam Klinken putzen. Wir müssen auch gute, vernünftige Mitarbeiter nicht nur in der Zeitungsanzeige suchen. Und Digitalisierung ist nicht, eine Zeitungsanzeige abzufotografieren und die dann auf meinem Facebook-Account zu posten, wo ich vielleicht zwei Posts habe und 100 Follower. Sondern Digitalisierung ist was anderes. Also die wären langsam wach. Und die, die damals schon fleißig waren, die damals schon eine gute Dienstleistung gemacht haben, die haben die Auftragsbücher voll. Und die, die gepennt haben, die machen reihenweise zu. Ja. Es kommt ja immer darauf an, wie behandelst du deinen Kunden, wenn es bei dir schlecht läuft und wie behandelst du deinen Kunden, wenn es bei dir gut läuft. Und viele verlieren den Fokus, wenn die Auftragsbücher voll sind, wie du schon sagst, dann kann es sein, dass du hinter einem Angebot über Wochen lang hinterherlaufen musst, weil er auf dich nicht angewiesen ist. Und das habe ich bei mir im Privat ja auch gesehen. Jetzt ist es so, ich habe mich letzte Woche noch mit einem Bauherrn unterhalten. Er sagt, die Zeiten auf der Seite des Bauherrn waren noch nie so gut, weil er sagt, teilweise fragst du drei Angebote an, die sind innerhalb von drei Stunden da. Früher musstest du drei, vier, fünf Wochen hinterherlaufen. Und deswegen, falls du gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, ich will mich selbstständig machen, bedenke immer eins, selbst wenn es bei dir auf Hochtouren super läuft, behandle immer deinen Kunden so, als ob es bei dir nicht gut läuft. Weil die Zeiten werden kommen. Und der Vergleich damals, wo wir im Lockdown waren, war immer der, die Fitnessbranche ist ja mehr oder weniger, ich kann es ja so sagen, abgekackt. Aber die Baubranche war im Boomen, weil durch den Lockdown sind viele nicht in Urlaub geflogen und haben angefangen, zu Hause umzubauen. Das war noch bevor die Preise so extrem nach oben gegangen sind. Ja, genau. Jetzt sieht man das, die Fitnessbranche blüht wieder, aber die Baubranche kackt ab. So, und jetzt laufen die wirklich den Kunden hinterher und müssen wieder Klinken putzen. Aber das wird in jeder Branche, egal welche Branche du gerade angehst, egal in welcher Branche, wird es immer Höhen und Tiefen geben. Deswegen, falls du gerade selbstständig geworden bist oder die Entscheidung trifft, selbstständig zu werden, oder bei dir läuft es gerade super, denk immer dran, es werden auch andere Zeiten kommen. Aber diese Zeiten brauchst du. Du musst Höhen und Tiefen haben, weil ich glaube, wenn alles perfekt läuft, macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und man verblödet, weil man muss sich keine Gedanken mehr machen, ob ich die Strategie ändern muss, ob ich vielleicht neue Wege gehen muss. Und das finde ich bei uns in der Branche und vor allen Dingen bei uns bei Viva gut. Wir haben uns ja gefühlt alle sechs Monate neu erfinden müssen. Und die Aktualisation zeigt ja auch, dass die Vergangenheit genau richtig war, weil man immer wieder sich neu erfinden musste. Genau so ist es. Aber das ist immer, das ist so ein Zyklus, der kommt überall vor, egal wo. Der kommt in deiner Branche vor, der kommt in deiner Beziehung vor, der kommt, keine Ahnung, in deiner Partnerschaft vor. Also bei ganz, ganz vielen Prozessen. Genauso in der Jahreszeit kommt genauso vor. Es gibt Jahreszeiten, da scheint die Sonne, es gibt Jahreszeiten, da scheint keine Sonne. Und man sagt immer im Unternehmertum, es gibt immer den Frühling, dann gibt es immer den Sommer, dann gibt es den Herbst und dann den Winter. Das ist da, wo die meisten Firmen dicht machen. Und du musst mit deiner Firma, mit deiner Company immer sehen, dass du immer im Frühling bist. Ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Sei immer die Nummer zwei, aber, oder wie war das nochmal, und arbeite wie die Nummer eins. Sei die Nummer eins, aber agiere so wie die Nummer zwei. Ja, so, ja. Weil der Unterschied ist ja der, wenn du die Nummer zwei bist, dann bist du immer bissig, du hast immer ein Vorbild vor Augen, hast immer einen Mitbewerber, den du überholen wirst. Nur das Problem ist, bei ganz, ganz vielen Firmen oder bei vielen Sportarten, sobald du die Nummer eins geworden bist, dann gibt es ja nichts mehr, was dich noch triggert. Und dann ist es wichtig, dass du auch immer die Nummer eins bleibst, aber so denkst wie die Nummer zwei. Das heißt, wie ist es jetzt richtig? Sei die Nummer eins, aber agiere wie die Nummer zwei. Okay, super. Was war so letzte Woche deine Erkenntnis, Valerio, wo du sagst, das ist das, was ich, also was mir vielleicht wie Schuppen von den Augen gefallen ist, oder was war so dein Highlight innerhalb der letzten Woche? Also mein Highlight persönlich war, kannst du dich noch erinnern, den Post, den du mir geschickt hast. Den Post? Mit dem Porsche. Ja. Das war bei mir so ein Highlight, wo mir vieles wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und zwar vielleicht kurz zu dem Post. Der stand im Zusammenhang. Vielleicht kannst du den wiedergeben, du hast das besser. Im Blick. Also da stand, ich glaube, da stand so, ich will einen Porsche für 10.000 Euro kaufen, aber finde keinen. Irgendwie so. Also der Gebrauchmarkt ist schlecht, weil es gibt kein Porsche für 10.000 Euro. Oder so, ja genau. Und der Zusammenhang war der, wenn du gute Mitarbeiter haben willst, die ähnlich wie ein Porsche arbeiten, dann solltest du auch gute Gehälter zahlen. Also so in dem Zusammenhang. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber das war für mich so die größte Erkenntnis, der größte Aha-Moment in den letzten drei Wochen. Vielleicht kommen wir da auch schon mal rüber zu den Kommentaren. Wir haben so ein paar Kommentare bei Instagram, bei Facebook auch unter dem Podcast bekommen. Die könnten wir vielleicht einmal kurz aufgreifen und wiedergeben. Und eins der Themen war genau das, was wir gerade angesprochen haben. Ich lese es Ihnen mal vor. Warum sprecht ihr so viel über schlechte Mitarbeiter, die zum Glück nicht mehr bei euch sind? Vielleicht kann ich was dazu sagen. Also ich finde nicht, dass wir viel über schlechte Mitarbeiter sprechen. Das ist vielleicht zwischendurch mal vorgekommen. Aber zu dem Thema, zum Glück nicht mehr bei uns sind, das ist ein Glück. Also egal bei was und fühl dich jetzt sowohl als Arbeitnehmer, aber auch sowohl als Arbeitgeber angesprochen. Also angenommen, ihr seid Arbeitnehmer und ihr arbeitet in einem Job, der euch keinen Spaß macht, wo ihr absolut keinen Bock drauf habt, wo ihr euch jeden Tag zur Arbeit quält, euch vielleicht regelmäßig einmal im Monat den gelben Urlaubschein holt, dann kündigt. Das ist, viele Menschen denken einfach besser bekanntes Leid als unbekannte Freude. Und in dem Fall, zu 99 Prozent, wird deine Performance auch schlecht sein. Das heißt, in den Augen deines Chefs bist du ein schlechter Mitarbeiter. Und das ist ein Glück für die Firma, wenn du selber auf die Idee kommst zu kündigen. Weil in dem Fall sparst du, man sagt ja, jede Lücke hinterlässt dir auch wieder Möglichkeiten für was Besseres. Und in dem Fall, wenn ein schlechter Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, ist das immer gut für das Unternehmen, aber auch gut für den Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter dann vielleicht einen Job bekommt, der ihm Spaß macht, wo er gar nicht merkt, oh, ist schon wieder Feierabend, wo er gar keinen Urlaub haben will. Und deswegen ist es aus der Sichtweise eines Arbeitnehmers unbedingt notwendig, einen Job, der einem keinen Spaß macht, zu kündigen. Wenn man alles dafür getan hat und alles versucht hat. Und aus der Sicht eines Arbeitgebers, wenn du einen schlechten Mitarbeiter, der keine gute Performance liefert, mit dem du alles versucht hast, Feedbackgespräche geführt hast, vielleicht eine andere Tätigkeit im Unternehmen gegeben hast, wenn du den nicht rechtzeitig kündigst, dann ist das eine unterlassene Hilfeleistung. Und deswegen, warum sprecht ihr so viel? Ich finde nicht, dass wir viel darüber sprechen. Aber es ist ein Glück, wenn ein schlechter Mitarbeiter im Unternehmen nicht mehr da ist für den Arbeitgeber. Es ist aber auch Glück für ein Mitarbeiter, der das Unternehmen schlecht empfindet, dass er nicht mehr da ist und ein besseres Unternehmen findet. Ich glaube, diese Aussage bezieht sich auf eine spezielle Podcast-Folge, wo es darum ging, um Mitarbeiter. Aber man sollte ja definieren, was ist ein guter Mitarbeiter und was ist ein schlechter Mitarbeiter. Und ich finde, jeder Mitarbeiter, egal ob bei uns, egal wo er anfängt, muss man so wie so ein neugeborenes Kind sehen. Und für mich ist das Wichtigste, egal wo er steht, ob er jetzt schlecht in der Schule war, ob er gut in der Schule war, die Frage ist immer, was ist er bereit zu lernen. Und für mich ist ein schlechter Mitarbeiter, so kann man sagen, der sich nicht entwickelt. Weil wenn du in einem Unternehmen bist, was sich ja ständig entwickelt, ständig weiter, ständig neu erfindet, aber wenn der Mitarbeiter nicht die Bereitschaft hat, weil wenn man sich dem öffnet, das ist ja auch ein Vorteil für das private Leben. Also wir haben ja hunderte Mitarbeiter gehabt, die vielleicht vorher von dem Thema Verkauf nichts gehört haben. Nicht gehabt, sondern haben. Oder am Anfang, wo die bei uns angefangen sind. Dann haben die angefangen zu verkaufen, zu beraten und haben sich auch selber persönlich so weiterentwickelt, dass man das Feedback bekommen hat, Hey, seitdem ich bei Viva bin, bin ich auch viel offener privat, neue Leute kennenzulernen, weil das ganze Leben ist ja ein Verkauf. Ich glaube, wir haben da schon öfters mal was zu gesagt. Deswegen, ja, das zu diesem Thema. Die zweite Nachricht war Öffnungszeiten auch in der Woche wie in Ankum 6 bis 24 Uhr. Das bezieht sich auf den Standort Quakenbrück. Da kann ich gerne was dazu sagen. Liebe Leute, es ist ja vollendermaßen, so ein Standort muss an erster Stelle immer wirtschaftlich betrachtet werden. Ihr müsst ja überlegen, jede Stunde, die man länger öffnet, kostet ja dem Unternehmen Geld. Unser höchster Anspruch ist es, dass wir Fitness so attraktiv machen, damit sich das auch jeder leisten kann. Und wir müssen ja auch immer schauen, ab wann macht es Sinn, in einem gewissen Standort die Öffnungszeiten zu verlängern. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt muss ja auch eine gewisse Öffnungszeit genehmigt werden. Alles, was von 6 bis 22 Uhr ist oder 21,45 Uhr, bedarf keiner Genehmigung. Alles, was vor 6 Uhr ist und nach 22 Uhr, muss ja genehmigt werden. Aber speziell hier in dem Standort Quakenbrück kann ich nur sagen, gibt uns noch vier Wochen Zeit. Wir sind da gerade an einer interessanten Sache dran. Ich will nicht zu viel verraten. Aber liebe Mitglieder aus Quakenbrück, da wird noch was kommen. Wir haben es schon fertig. Seid gespannt, wie Victor schon gesagt hat, ein paar Wochen. Kommt auch eh in den Genuss verlängerter Öffnungszeiten, versprochen. Schickt uns jetzt nur keine Nachrichten aus den anderen Klubs. Wir wollen auch, wir wollen auch. Wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran. Unser Elektriker war die letzten zwei Wochen unterwegs, hat viele, viele Klubs schon technisch. Die Technik hängt ja auch immer damit zusammen. Hat er schon so weit umgerüstet, dass das möglich ist. Und mein persönliches Ziel war bis Ende des Jahres, dass wir es in jedem Klub anbieten können. Vielleicht drei Sachen noch überregional zu allen Klubs. Unsere Priorität ist es, dass wir die Öffnungszeiten erweitern, aber wir dürfen unsere Mitarbeiter nicht vergessen. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, wenn Mitarbeiter bis 24 Uhr arbeiten müssen oder auch vielleicht am Wochenende, also Samstag und Sonntag, wir müssen ja auch gucken, dass wir den Arbeitsplatz so attraktiv wie möglich gestalten. Und deswegen sind da Systeme im Hintergrund, dass wir a die Öffnungszeiten erweitern, b aber so, dass der Mitarbeiter nicht unbedingt bis 24 Uhr arbeiten muss. Aber der Prozess läuft. Der Prozess läuft, ja. Die nächste Frage, Victor, stelle ich mal. Ja. Warum verhaspelt sich Victor immer bei Zitaten von Motivationscoaches? Wer ist Victor? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, die Frage schon mal auf Instagram gesagt. Ich kenne den Vogel nicht. Genau. Also dazu kann ich gerne was sagen. Und zwar erstens ist es so, man hat ja, keine Ahnung, hunderte Videos gedreht schon. YouTube, Werbevideos und was es sonst noch gab. Podcast ist ja für uns etwas Neues. Eine neue Erfahrung und ich glaube, das bezieht sich auf die Folge 3. So, du musst ja erst mal in diese Materie reinkommen. Jeder, der anfängt, ist noch kein Profi. Und ich weiß, ich sag doch einfach, du hast in der Schule nicht aufgepasst, hast nicht auswendig gelernt und deswegen fällt dir das nicht so ein. Genau, aber ich weiß jetzt nicht, an welchem... Aber ich kann dir genau sagen, warum das so ist. Ganz kurz eine Sache noch, bei welchem Zitat ich mich verhaspelt habe und hier wird ja auf Motivationscoach, wird sich ja bezogen. Erstens, was ist ein Motivationscoach? Weil, also... Jeder kann einen Motivationscoach sagen. Nein, aber wer in der heutigen Zeit sich als Motivationscoach verkauft, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Weil, erstens, kannst du keinen Menschen motivieren. Kannst du nicht. Langfristig. Langfristig, kurzfristig ja. Keinen Menschen, kurzfristig ja, ich kann jetzt jemanden motivieren, der ist um 12 motiviert, um 14 Uhr wieder nicht. Aber langfristig kannst du keinen Menschen motivieren, du kannst ihn höchstens demotivieren. So. Ich weiß, ist die Frage damit beantwortet? Nein. Ich kann sie für dich beantworten. Weißt du was, komm vor die Kamera, nimm dieses Mikro, mach es einfach besser. Nein, vielleicht hast du was... Oder eine Sache noch, Valery. Das Traurige ist es ja, dass man sich hier auf das Verhaspeln fokussiert, aber nicht auf den Inhalt und vielleicht eine Sache mitnimmt, die man umsetzt und dadurch erfolgreicher wird. Genau. Also vielleicht eine kurze Antwort von meiner Seite. Du musst immer gucken, wenn du so eine Podcast-Folge hörst, bist du ein Bewerter oder ein Verwerter? Also wenn du in dem Fall, Viktor sein, vielleicht einmalig ist oder vielleicht kommt es auch einmal öfter vor, Verhaspeln bewertest, dann brauchst du die Folge gar nicht hören. Es wäre doch viel, viel sinnvoller, dass du ihm vielleicht zuhörst und genau verstehst, wie das Zitat vielleicht richtig ist und das Zitat verwertest und zusiehst, wie du es in deinem Leben umsetzt. Das würde doch viel mehr Sinn machen. Was ich aber auch nicht verstehe, auf das Verhaspeln wird sich fokussiert, aber auf dein Lispeln, auf dein Humpeln geht keiner drauf ein. Nein, aber ich meine, es ist ja gut, dass man Feedback bekommt. Also ich weiß auch, welche Person das war, die hat glaube ich vier Nachrichten geschrieben und die haben sich alle darauf bezogen, warum nutzt er Sprüche von Motivationscoaches, warum verhaspelt er sich bei den Sprüchen der Motivation, ich kann das Wort gar nicht mehr aussprechen. Also du bist definitiv kein Motivationscoach. Nein, will ich auch gar nicht sein. Also ich weiß, was ich lieber bin, ich bin ein Leader. Ich mache lieber Dinge vor, die ich von meinem Team erwarte. Richtig. So. So viel geil, oder? Deswegen, an die Person, wie auch immer das war, der das geschrieben hat. Ich kenne die Person nicht. Das ist geil. Ich habe die Kommentare gerade vorgelegt bekommen. Konzentrier dich lieber drauf, was du davon rausnehmen kannst und was du bei dir umsetzen kannst. Vielleicht nochmal zum Schluss, dann kommen wir schon zum Ende der Folge. Victor, was würdest du sagen, was sind so drei Tipps aus deiner Sicht, die du jemand, vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörern jemand, der schon Unternehmer ist oder Unternehmer werden möchte oder vielleicht selbstständig ist und Unternehmer werden möchte. Ja. Welche drei Tipps könntest du dieser Person geben? Okay, also der erste Tipp ist jemand, der Unternehmer oder Unternehmerin sein möchte. Wenn du über vier Wochen lang immer wieder an eine Sache denkst, die du machen möchtest, vier Wochen lang, dann mach die. Dann mach diese Sache, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, lass dich von niemandem einreden, dass diese Sache nicht funktionieren wird. Das ist der zweite Tipp. Weil, wenn du dich mit einem gewissen Thema beschäftigst und dich ein Thema beschäftigt und du sagst, ich will diese Sache machen und dann sprichst du mit zehn Leuten. Acht davon werden sagen, ey, mach es nicht, du hast ein Risiko, Selbstständigkeit, ganz gefährlich, in der heutigen Zeit schon gar nicht. Das heißt, lass dich von den Leuten nicht abhalten. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp, wenn du die Entscheidung getroffen hast, etwas zu machen, du hast auf keinen gehört, hast es gemacht, dann ist der dritte Tipp, du wirst irgendwann mal in deinem Werdegang eine Zeit haben, wo es vielleicht nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Das heißt, du wirst mit Dingen konfrontiert, die du vielleicht vorher gar nicht im Gedächtnis hattest und du denkst jeden Tag an es aufhören, mach es nicht. Überwinde diese Phase und zieh es durch. Ich habe aber noch einen vierten Tipp. Wenn du am Anfang dein Warum geklärt hast, warum willst du diese Sache machen und du ein Ziel vor Augen hast, das Ziel aufgeschieben hast, vielleicht visuell irgendwo hingehängt hast, dann wirst du dein Ziel schneller schaffen und vor allen Dingen werden dich kleine Hürden nicht davon abhalten, wieder aufzugeben. Sehr gut. Gut. Geil, ne? Soll ich auch drei raushauen? Gerne, Valeria. Also eine ganz, ganz wichtige Sache von mir, ähnlich wie Viktor es gesagt hat, wenn du dein Warum kennst, dann ist das Wie und Wohin gar nicht mehr so wichtig. Das heißt, finde dein Warum raus und dann zieh es einfach durch. Eine zweite Sache, rede viel mit wenigen Menschen. Also wenn du jetzt ganz, ganz viel, ne andersrum, rede wenig mit vielen Menschen, so, das war richtig. Genau, Motivationsquatch, richtig, genau. Also das wird nächste Woche, Valeria, glaub mir, du wirst durch einen kurzen Augen zu. Also wenn du ganz, ganz viel mit wenigen Menschen redest, dann irgendwann, ja, können die Menschen es irgendwann nicht mehr hören und, ja, können die auch keine Tipps geben. Deswegen rede wenig mit vielen Menschen, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Der zweite Tipp, wenn jemand über dich lästert und jemand irgendwie Gerüchte über dich verbreitet oder was weiß ich was. Das nennt sich Hater in der heutigen Zeit. Ja, Hater, genau. Oder wenn jemand schlechte Kommentare unter deinen Beiträgen schreibt oder so, das muss sich komplett kalt lassen. Also das Erste, vielleicht ist das gar nicht gegen dich gerichtet, sondern gegen dein Unternehmen. Das Zweite, denk immer dran, wenn jeder hinter deinem Rücken über dich schlecht redet, dann ist diese Person hinter deinem Rücken. Nicht vor dir. Menschen, die vor dir sind, werden niemand schlecht über dich reden, weil du so klein bist, du interessierst die gar nicht. Also bist du schon mal vor dir, weil die hinter dir schlecht reden, also hast du alles richtig gemacht. Und Menschen, die über dich schlecht reden oder über dich lästern oder so, deren Leben muss doch so uninteressant sein, dass sie ständig dir die Aufmerksamkeit schenken. Dass du in deren Leben im Mittelpunkt stehst. Das heißt, sieh das eher als Vorteil, also hast du alles richtig gemacht. Und der dritte, für mich wichtigste Punkt, guck immer, wo dein Umfeld ist. Also wenn dein Umfeld dich nur nach unten zieht, wenn dein Umfeld dir sagt, du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu dumm, dann verlass dieses Umfeld. Geh auch mal vielleicht öfter aus deiner Komfortzone raus und geh auf die Menschen zu, die es schon zu was gebracht haben und orientiere dich an die. Und orientiere dich nicht an deinem Umfeld, was vielleicht genauso weit ist wie du oder vielleicht noch viel, viel näher ist. Also wenn du die ganze Zeit von Alkoholiker umgeben bist, dann garantiere ich dir, irgendwann wirst du auch zum Alkoholiker. Wenn du die ganze Zeit von Nörglern, von Pessimisten umgeben bist, dann wirst du genauso. Aber wenn du dich die ganze Zeit mit den Millionären umgibst, selbst wenn du keinen einzigen Cent in der Tasche hast, ich wette mir, irgendwann wirst du auch eine Million auf dem Konto haben. Und wenn du sagst, ich will Milliardär werden, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein anstrebendes Ziel sein sollte von jedem von euch, aber darum gib dich mit Milliardären, dann fängst du automatisch so an zu denken. Also es gibt einen Spruch, Ziele nach den Sternen und du willst auf den Mond landen. Ja, der heißt, versuch die Sterne zu erreichen, wenn es schief läuft, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du auf den Mond landest. Es gibt ja auch so ein, darum wird, jetzt sehen wir wieder die Zitate von den Motivationscoaches. Ach Leute, ihr merkt ja, das muss alles mit Spaß sein. Nimm das nicht zu ernst. Und wir haben ja gesagt, wir wollen dir kein Blatt vor den Mund nehmen. Wenn du einen Stock im Arsch hast, zieh ihn raus. Mann, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwie alles perfekt zu machen. Also ein Motivationscoach hat mir mal gesagt, wenn du der Smarteste im Raum bist, dann bist du... Im falschen Raum, deswegen Victor, ich bin raus. Ja, ich möchte gerne, wie viel Zeit haben wir schon? Ach ja, wir haben noch ein bisschen, ne? Ich möchte vielleicht nochmal so ein bisschen von diesem Thema Fitness weg und generell diese deutsche Wirtschaft ansprechen. Wir haben heute gar nicht über Fitness geredet, kein einziges Wort. Nein, nein, aber generell auch mal so weg davon, vom Alltag und so weiter, sondern einfach mal in eine komplett andere Branche eintauchen. Weil du hast mich nicht gefragt, was meine Erkenntnis der letzten Woche war, Valerio. Hab ich doch. Echt? Natürlich. Ehrlich jetzt? Hat er? Ne, hat er nicht. Sag nein, siehst du? Ach stimmt, richtig. Nein, ist ja auch egal. Das hat jetzt vielleicht ein bisschen was mit den Unternehmern zu tun. Also, ich war ja im Urlaub. Ich war in Dubai, weil ich liebe dieses Land. Ich war aber lange nicht im Urlaub, muss man dazu sagen. Jetzt rechtfertige ich mich wieder. Ja, genau. Ich musste aufpassen. Monatelang durchgeackert. Stimmt das? Justin, der Kamera. Von morgens bis abends war ich immer hier. Hat er wirklich, hat er wirklich. Hab ich wirklich, ja. Urlaub hat er sich verdient, ehrlich. Nein, aber ich habe ja auch kleine Kinder und die brauchen den Papa ja auch mal und ich möchte ja nicht irgendwann, wenn die Kinder 18 sind, dass sie sagen, wo warst du? Und deswegen Zeitkonto, Geldkonto, wir haben ein Zeitkonto, bei dir ist es ja genauso. Man zahlt ein, weil man Zeit mit der Familie verbringt und dann kann man da wieder abheben, weil die Firma dich wieder braucht. Und deswegen, ja, machen wir das Ganze so. Auf jeden Fall, ich war im Urlaub. Und Dubai, wer da schon mal war, kennt das ja. Dubai, das ist ja ein verrücktes Land. Die bauen da ja alle fünf Meter. Wenn da irgendwie fünf Quadratmeter frei sind, da kommt ein Hochhaus hin und die machen nicht zehn Etagen, die machen sofort hundert Etagen. Und neben unserem Hotel war auch eine Baustelle. Und ich lag da immer am Strand, hab überlegt, wie verrückt muss dieser Mensch sein, der irgendwann mal die Entscheidung getroffen hat, in der Wüste so etwas aufzuziehen. Das war ja früher alles Wüste. Und wenn du dann durch die Stadt fährst mit dem Taxi, dann hast du ja wirklich, ich weiß es nicht, Kilometer lang diese ganzen Wolkenkratzer. Und dann jedes zweite Gebäude, was die Hotels betrifft, aber ich glaube auch jedes Wohnzimmer in Dubai, der Einwohner, da hängt überdimensional immer das Bild von dem... Von dem Scheich Mohamed. Von dem Scheich aus Dubai. Und dann habe ich mich angefangen, damit mal zu beschäftigen. Und es gab auch negative Kommentare oder negative Aussagen zu diesen Menschen. Aber wo kamen die hier aus Europa? Die kamen aus Europa, genau. Aber mich interessiert so etwas nicht. Ich möchte mir immer mein eigenes Bild machen. Dann habe ich überlegt und habe mal darüber nachgedacht, ob ich in Deutschland schon mal ein Gebäude gesehen habe oder irgendwie ein Wohnzimmer, wo ein Bild überdimensional von der Regierung aus Deutschland hängt. Habe ich nicht gefunden. Habe ich gestern gesehen. Wo denn? Höchstens Werbeplakaten und das machen die alle selber. Aber ich dachte, das ist Satire. Ja, aber verstehst du, das heißt, ich habe noch nie gesehen, dass da irgendeine Privatperson sich ins Wohnzimmer irgendwie das Bild der Regierung hingehängt hat. Des Präsidenten. Des Präsidenten, ja. Vielleicht gibt es da ja welche. Es muss ja einen gewissen Grund haben. Und ich habe überlegt und habe gesagt, was machen andere Länder anders? Wenn du die Medien in Deutschland aufmachst, da kleben sich irgendwelche Vollidioten an die Straße, wo die Polizei sich teilweise hinkniet und diese Leute bittet, die Straße zu räumen. Du musst dir vorstellen, da stehen ja hunderte von Autos, die nicht vorbeifahren können, die vielleicht zu spät zum Job kommen, zu spät zum Termin kommen. Ich habe sogar eine Geschichte gehört, da ist jemand zu Tode gekommen, weil der Krankenwagen nicht durchkommen konnte. Wo ich denke, sag mal, wie verrückt muss man sein? Und vielleicht macht das Ganze einen Sinn, weil die wollen, die demonstrieren ja, ich weiß nicht, für was, keine Ahnung. Aber da gibt es ja andere Möglichkeiten. So, dann habe ich mich mit dem Thema auch mal ein bisschen beschäftigt, was in den anderen Ländern gemacht wird. Da wird nicht hingekniet und gebettelt, geh bitte von der Straße weg. Da kriegst du einen Schlag im Nacken, dann nimmst du dich einmal am Nacken, ziehen dich von der Straße und das Thema ist durch. Also ich habe keinen gesehen, der sich in Dubai irgendwie an die Straße geklebt hat. So, und deswegen finde ich dieses Land so fasziniert und mit Sicherheit gibt es da auch Schattenseiten. Aber da wird nicht überlegt, da wird nicht irgendwie diskutiert alle vier Jahre, was mache ich von der Regierung vor mir kaputt. Also im Deutschen ist es so, ich glaube, alle vier Jahre gibt es ja eine Wahl. So, da wird jemand Neues an die Macht, der kommt an die Macht. So, der macht erst mal zwei Jahre lang alles kaputt, was die Regierung davor gemacht hat. Und dann überlegt, oh scheiße, in zwei Jahren ist er wieder die Wahl. Dann konzentriert er sich zwei Jahre lang auf seinen Wahlkampf. So ähnlich läuft das. So, da geht alles Schlag auf Schlag, zack, zack, zack. Sechs Tage die Woche, 24, 7 gibt es da Baustellen. Ich habe nirgendwo gesehen, dass da irgendwie aufgrund einer Baustelle auf der Straße es zu unendlich langen Kilometern von Schlangen gab. Weiß ich nicht. Es gab auch natürlich Stock und Verkehr bei Feierabend, ja. Aber die Erkenntnis, die ich hatte, wo ich sage, Mensch, es geht ja auch anders. Und das konnte ich auch wieder mit dem Unternehmertum widerspiegeln, indem ich sage, es gibt ja Unternehmen, die so festgefahren sind, die einen Stock im Arsch haben. Die immer sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Wo teilweise Betriebsräte das kaputt machen, was vielleicht die letzten Jahre aufgebaut wurde. Aber keiner im Unternehmen hat die Weizicht und sagt, jetzt ändern wir was anderes. Oder jetzt ändern wir etwas für die Zukunft. Und deswegen an alle Unternehmer da draußen, der Appell, schau auch mal vielleicht in andere Länder, was da funktioniert. Nicht unbedingt in deine Branche, sondern wie wird dieses Land regiert. Und da kann man viele Erkenntnisse rausziehen. Aber ich möchte deutlich machen, ich will damit nicht sagen, dass Deutschland schlecht ist. Ich wohne in Deutschland, ich zahle Steuern in Deutschland. Ich finde das Land geil, das ist ja eines der sichersten Länder auf dieser Erde. Du brauchst hier nicht hungern. Wir haben Deutschland viel zu verdanken. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich Gedanken machen und genauer hinschauen, wie wird dieses Land regiert. Und ich finde, das ist einfach eine reinste Katastrophe. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Aber das muss nicht loswerden. Du musst aufhören, du musst aufpassen. Warum? Du darfst niemals Politik und Religion auseinandernehmen. Ich weiß, das ist immer ein heikliches Thema. Aber auch nochmal eine Erkenntnis. Wenn du erfolgreich werden willst, musst du zwei Dinge beherrschen. Du musst für etwas stehen und du musst gegen etwas stehen. Nur dann wirst du Aufmerksamkeit bekommen. Nur dann wirst du von Leuten kritisiert werden. Das ist wichtig, dass du auch kritisiert wirst für das, was du tust. Und du wirst auf einmal eine Community aufbauen, die sagen, das, was er spricht, das ist geil. Daran glaube ich. Deswegen wirst du immer haben, Leute, die werden gegen dich stehen und Leute, die werden für dich stehen. Aber beides brauchst du, um erfolgreich zu werden. Das gehört dazu zum Leben. Ja. Wie ich immer zu sagen pflege, willst du von jedem geliebt sein, dann sei der Weihnachtsmann. Oder der Osterhase. Den mögen auch viele nicht. Den Osterhase? Ja. Der bringt nicht so viele Geschenke. Und manchmal kann man die nicht essen. Schon vergessen? Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, da war für den einen oder anderen ein interessantes Thema dabei. Und wie ich schon immer sage, wenn du auch nur eine Sache davon umsetzt und kein B-Werter bist, sondern ein Fair-Werter, dann wird dich das in deinem Leben auf jeden Fall nach vorne bringen. Teil diese Folge, like diese Folge, gib uns fünf Sterne. Ich glaube, mehr geht nicht. Und ich würde mich... Sieben Sterne. Sieben Sterne, ja. Es gibt in Dubai Hotel, sie haben sieben Sterne. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne. Mach's gut. Wie immer findest du alle wichtigen Links unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.